Taucht ein in die faszinierende Welt der Wildpflanzen. Hier gibt's jede Menge Grünzeug, das euch zum Staunen bringt. Viel Spaß bei unseren lustigen Pflanzenvideos! Willkommen zur wilden Löwenzahnführung! Da steht er, der unbestrittene König der Rasenrevolution, der Löwenzahn, der Meister der Verkleidung. In jungen Jahren gibt es sich als unschuldige gelbe Blume aus, eine kleine Sonne, die fröhlich auf der Wiese grinst, doch lass dich nicht täuschen. Der Löwenzahn ist der Punkrocker unter den Pflanzen, unverwüstlich, rebellisch. Und immer da, mit unwahrscheinlichem Durchhaltevermögen. Seine Samen haben kleine Fallschirme, mit denen sie lautlos durch die Luft gleiten, um sich heimlich in deinem gepflegten Rasen zu verstecken. Du kannst ihn rausreißen, da sagt er nur, ich wachse einfach nach, wie ein Superheld, eben mit ordentlichem Durchhaltevermögen. Und wenn der Löwenzahn genug von seinem Blümchen-Dasein hat, dann wird er zur flauschigen Pusteblume, eben ein echter Verwandlungskünstler. Ein kleiner Windhauch und schwupps, seine Samen fliegen durch die Lüfte, als wäre es sein persönliches Musikvideo zu I believe I can fly. Der Löwenzahn wird von den Gärtnern als Unkraut oftmals bezeichnet. Aber hey, was ist schon ein Unkraut? Es gibt kein Unkraut. Das ist ein Multitalent. Man kann ihn essen, trinken, also essen im Salat, trinken als Löwenzahn, Wein sogar. In der Medizin wird er ebenfalls verwandt. Ein echtes Allround-Talent. Das kann heimlich dein Haus einnehmen, wenn er will. Der Löwenzahn ist ein Fesselungskünstler, der Houdini unter den Pflanzen. Er kann nicht nur verschwinden und wieder auftauchen, wo er will, sondern er verbreitet sich wie ein wilder Partygast auf jeder Wiese. Na, hast du ihn jetzt ein bisschen lieber? Gefällt er dir auch? Ich bin der Löwenzahn. Der Bankhocker unter den Fernseherwägen ist unverwäßlich. Prävisch! Und immer darüber mich nicht erwartet. Musik 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 Vielen Dank.